Ja, GG ist auf jeden Fall an Eli, zum United-Sieg, erstes Mal mitgemacht, direkt gewonnen, stabil auf jeden Fall. Ja, am Ende war es ein 50-50-Game, bei uns vor allem, muss man einfach so sagen, hat er ja auch zugegeben. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir im Finale, ich habe meine Chancen nicht genutzt. Normalerweise bei Turnieren mache ich meine Chancen eiskalt rein, aber beim Finale, Digga, da war man auch nochmal ein bisschen nervös gewesen. An guten Tagen gehen so Dinger rein in der 90. Klar, hat er auch am Ende stark den Keeper bewegt, muss man sagen. Aber ja, letzten Endes sei ihm das gegönnt, erstes Mal mitgemacht und wir können auch zufrieden sein, Leute. Vor allem, wir waren letztes Jahr im Finale, haben letztes Jahr gewonnen. Dieses Mal sind wir auch ins Finale gekommen, also Back-to-Back und deshalb können wir stolz auf diese Leistung sein. Und ihr seht ja auch sonst, wenn ich bei Illigella Cups mitmache oder so, ich habe da vier Mal mitgemacht, dreimal gefühlt gewonnen. Und ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, Leute. Auch wenn ich nicht in der Weekend League jedes Wochenende da sitze und 27, 28 Siege hole, wofür denn? Wofür? Um es mir selbst zu beweisen, um den Leuten da draußen zu zeigen, ich kann 27 Siege holen, wofür denn? Vielleicht beim TOTS wieder, weil da mehr Motivation ist, weil man da vielleicht auch bessere Rewards zieht. Aber ihr seht, es kommt nicht an, wie gut jemand ist an der Weekend League, Digga. Ich habe auch gegen GamerBrother nur ein 3-3 geholt. Was heißt nur? Er holt ja auch zur Zeit Gold 1 oder Elite 3 oder was weiß ich was. Und er hat auch super gegen mich gespielt. Hätte es sogar vielleicht verdient gehabt, gegen mich zu gewinnen, das Hinspiel. Und deshalb, finde ich, kann man da jetzt nicht groß sagen, dass Weekend League sagt, wer besser ist. Vielleicht bei Leuten, die jede Woche in den Top 100 kommen. Okay, das ist dann nochmal was anderes. Oder die auch voll hart an die Sache rangehen. Vor allem bei Stefan merkt man ja auch, dass er, glaube ich, besser spielen kann, wenn die Kamera nicht an ist. Oder vielleicht konzentrierter spielt, weil er sich dann nur aufs Game fokussiert. Ist dann nochmal was anderes. Es war halt alles jetzt nur so mega, mega stressig gewesen am Ende. Ich habe ja Freitag das Spiel gegen Pain hochgeladen und dann direkt Sonntag Finale. Ja, also was mein Vorschlag wäre, beim nächsten Mal vielleicht alles ein bisschen, wie soll ich sagen, knapper zu halten. Weil diese Teambauphase, die ging ja schon sehr lange. Und ich glaube, jeder, der bei United mitgemacht hat, hat am Ende irgendwie gefühlt, was weiß ich, 2-3 Millionen Coins Verlust gemacht. Die Spieler sind ja unnormal gesunken. Vor allem so ein Ronaldo. Ich weiß nur, am Anfang war der 1,3 Millionen. Das kostet 300k. Oder was würdet ihr sagen? Was kann man dann auch verbessern? Sonst lief eigentlich alles super. Auch diese neue Regel, dass man die Auswechselspieler noch erspielen konnte in der 6. Folge. War nice. Die Teambuilding-Folgen, die waren halt schon in gewissen Punkten halt, wie soll ich sagen, ein bisschen nervig. Weil man immer, immer hoffen musste, dass der Gegner nicht rausgeht. Stell dir mal vor. Guck mal, wir oder jeder andere hätte, das kann ich jetzt für alle sagen, jeder andere hätte am Ende noch ein besseres Team oder schlechteres Team haben können. Weil, stell dir mal vor, ich spiele jetzt gegen einen, mache in der ersten Minute ein 1-0. Kriegt meine 50.000 Coins mit Kammerwinker. Und dann geht der Gegner raus. Dann habe ich 250.000 für das Spiel bekommen. So. Aber was wäre denn, wenn ich in diesem Spiel weiter drin gewesen wäre und den Gegner 8-0 weggeklatscht hätte? Wisst ihr? Und deshalb finde ich, sollte man vielleicht das Regelwerk in dem Sinne nochmal ein bisschen überarbeiten. Dass zum Beispiel, wenn der Gegner direkt in den ersten 10 Minuten rausgeht, dass man da irgendwie, keine Ahnung, 400.000 extra bekommt. Und von Minute 10 bis 20 kriegt man 300.000 für den Ragequid. Von Minute 20 bis 30 so und so viele Punkte. Dass das auch nochmal so ein bisschen in Kategorien eingestuft ist. Weil es macht schon einen großen Unterschied, ob der Gegner in der dritten Minute rausgeht oder in der 43.000. Wisst ihr? Die Regel war ja nur so, dass in der ersten Halbzeit kriegt man 200.000 für den Ragequid. In der zweiten kriegt man 100.000. Aber das sind halt alles so Kleinigkeiten, ne? Man kann ja auch kein Turnier perfekt machen. Wir sind ja jetzt auch schon lange bei United dabei. Und sonst lief ja alles immer auch gut ab, ne? Was würdet ihr denn noch sagen, Freunde? Was hat euch am Turnier gefallen? Was würdet ihr beim nächsten Mal besser machen? Ich fände es irgendwie noch geiler, wenn man ein bisschen die Teambuilding-Folgen ändern würde. Dass man in dem Sinne vielleicht auch mal Division 1 zocken muss, Division 2. Oder jeder sich das selber aussuchen kann. Und das wäre auch eine geile Sache. So, wer in Division 1 spielt und da gewinnt oder Tore macht, kriegt mehr Punkte oder mehr Coins dafür, als jemand, der in Division 5 spielt oder sowas. Wisst ihr? Keine Ahnung. Vielleicht geht es dann auch ein bisschen ins zu kompliziertere Detail. Weil sonst war ja eigentlich alles okay. Ja, diesmal war es ein bisschen komisch mit den Gruppen, fand ich. Dass es zwei Vierergruppen gab und zwei Dreiergruppen. Weil so gesehen, die in der Vierergruppe quasi noch mehr schwitzen mussten. Oder ne, die in der Dreiergruppe. Also ich fände es geiler, wenn die Gruppen gleich viel sind. Zum Beispiel vier Dreiergruppen oder vier Fünfergruppen. Keine Ahnung. Je nachdem, wie viele Leute da mitmachen. Ja Mann, also letztes Jahr gegen Payne im Finale war auch heftig gewesen. Wo Garincha dreimal im Finale getroffen hat beim Hinspiel. Das war heftig gewesen. Aber sonst lief eigentlich alles super. Ich war zufrieden, auch mit den Spielen. Klar, letzten Endes zweiter geworden. Aber wie schon in meinem Video gesagt, Freunde. Es geht um die Unterhaltung. Und ich fand, wir hatten ein unterhaltsames Finale. Wo Eli 3.0 gegen mich geführt hat, musste ich sagen, ey, da dachte ich mir, ey, scheiße, Mann. Ich will jetzt hier nicht abgeschlachtet werden. Und da bin ich nochmal so ein bisschen in mich gegangen. Hab auch ehrlicherweise beim Zocken Unforgiven angemacht dann ab dem Moment. Und dann war ich vielleicht noch mehr drin gewesen. Ihr habt das nicht im Stream gehört? Oder beziehungsweise im Game. Dann haben wir nochmal eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt. Und da war ich auch sehr zufrieden. Also vielleicht nächstes Mal alles ein bisschen kompakter halten. Dass es nicht zu lange geht, ne. Sehr blöd. Jeder macht normal viel Minus mit den Münzen und sowas. Auch das Motto dieses Jahr mit Future Stars, mit Spielern, die jetzt noch nicht so alt sind und so, war schon sehr nice gewesen. Was bekommt der zweite Platz? Der zweite Platz bekommt 1.500 selbst und 1.500 für die Community. Und der erste bekommt, glaube ich, 2.000 für die Community. Oder umgekehrt. Ich weiß es nicht genau. Also nicht umgekehrt, sondern 1.000, 2.000 der zweite und 3.000 der erste. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Fandest du es gut, dass man die Starspieler von anderen nicht einbauen darf? Das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr gut. Weil sonst wären alle Teams gleich gewesen. Sonst kann ich euch garantieren, hätte jeder vorne im Sturm Mbappé gehabt. Und dadurch, dass Gamerbrother Mbappé hatte, durfte den kein anderer nehmen. Also solche Regeln fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Zu unserem Team kann ich euch nur sagen, ich fand das Team gut. Aber Ben Yedda fand ich nicht so krass. Von dem habe ich viel mehr erwartet. Letztes Jahr zum Beispiel hat jeder Ben Yedda gezockt. Dieses Jahr fand ich den nicht so heftig. Und Fernando Torres hat reingeschissen. Aber soll ich sagen, warum Torres gewählt wurde? Ey Leute, ihr habt uns einfach hops genommen. Wir hatten in der Folge noch so viele andere geile Spieler gehabt. Und ihr habt genau Torres gewählt. Da haben wir Stefan und ich auch gedacht. Okay, ist mal was anderes. Vielleicht rasiert Torres. Aber ja, Torres war einfach Katastrophe. Ehrlich, Katastrophe. Ich war froh, wenn die 45. Minute war, damit man den auswechseln konnte. Aber sonst war alles top gewesen. Sonst war alles top gewesen. United-Team-Bewertung. Boah, ich glaube, Stefan hat das Team schon verkauft. Da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich kann aber nochmal kurz so, weil ich weiß ja das Team auswendig. Also Donnarumma war super. Vor allem gegen Payne hat er sich unsterblich gemacht. Diese eine Parade. Krank im Halbfinale. Varad-Mendy sowieso. Standards super. Note 2. Ganz easy. Rechte Innenverteidigung. Theo Hernandez war wichtig für die Schnelligkeit. Rechtsverteidiger hatten wir Quadrate. Den fand ich jetzt nicht so nice. Ziemlich unbeweglich und sowas. Blanc war sehr stark im zentralen Mittelfeld. Kamavinga, muss ich sagen. Unser Starspieler, sehr enttäuschend. Also Kamavinga hat mir echt nicht so gefallen. Ziemlich unbeweglich gewesen. Benjeda fand ich nicht so nice. Torres fand ich überhaupt nicht nice. Vorne Neymar. Natürlich wie immer top gewesen. Und wen hatten wir noch gehabt vorne drin? Ronaldo, diesen 89er. Echt nicht. Hat mir echt nicht gefallen. Also Offensive fand ich nicht gut. Offensive fand ich nicht gut. Luzano hat gut rasiert, wenn der mal eingewechselt kam. Kam gut über die Außen. Ja 87er Ronaldo, okay. 87er Ronaldo. Ich fand, so in der Gruppenphase und so, habe ich noch nicht so einen Unterschied gemerkt. Aber bei diesen ganz krassen Spielen, wie Halbfinale und Finale, da hat man gemerkt, dass der 87er Ronaldo schon ein riesen Unterschied ist zu dem normalen Gold-Ronaldo. Und der hat uns vielleicht am Ende auch ein bisschen das Genick gebrochen. Kann man nicht sagen. Aber ich will es auch gar nicht hinterher trauen oder sonst irgendwas. Es war ein geiles Finale. Es war ein geiles Turnier. Ich bin zufrieden mit der Platzierung. Wir haben beide gekämpft. Und haben am Ende dann ganz knapp hier das Finale verloren mit 3-2. Und ja. Stabil. War auf jeden Fall ein geiler Support von euch. Video ist in den Trends, Platz 2. Und danke auf jeden Fall für euren Krankensupport. Und ich würde sagen, das war es dann dieses Jahr. Beziehungsweise dieses FIFA-Jahr, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob zum Totz da auch nochmal ein Turnier kommen wird. War es das von United? Wir sind wieder ins Finale eingezogen und da können wir sehr, sehr stolz sein auf uns. Aber wenn euch noch was aufgefallen ist oder was ihr nicht so gut fandet an United, dann schreibt es doch mal gerne rein. Schreibt es doch mal gerne rein.